Hallo und herzlich willkommen zu einem Overview der LC-Powered LC-CF120 TubeB Airrazor Black Series Gehäuselüfter, welche ich aus offensichtlichen Gründen nur noch Tube-Lüfter nennen werde. Mit 12 Euro sind sie etwa in der Lüfter-Mittelklasse angeordnet und bieten eine sehr interessante Beleuchtung. Fangen wir zuerst mit der Verpackung an. Diese lässt uns einen kleinen Blick schon auf den Lüfter werfen, wenn auch das zentrale Feature noch nicht ersichtlich wird, aber dazu später mehr. An der Seite haben wir nochmal da den Namen draufgeschrieben, der zum Glück überhaupt nicht kompliziert ist, und dass es sich um einen 120mm Gehäuselüfter handelt. Auf der Rückseite haben wir die wichtigsten technischen Daten in Deutsch und Englisch abgedruckt. Mit einer Höhe von 25mm hat er eine Standardhöhe für einen 120mm Gehäuselüfter und es sollte zu keinem Kompatibilitätsproblem kommen. Der Luftdurchsatz ist nicht besonders hoch für einen 120mm Lüfter, aber mit 13,6 Dezibel und nur 1200 Umdrehungen max soll der Lüfter auch ziemlich leise sein, was für uns natürlich auch noch anhören. Drei Jahre Garantie, ganz ordentlich für einen 12 Euro Lüfter wie ich denke, und Montagezubehör soll auch dabei sein. Beim Lagertyp wird auf ein Gleitlager gesetzt, das ist natürlich nicht ganz so langlebig wie beispielsweise Doppelkugel-Lagerlüfter, aber sollte der Lautstärke nochmal zugute kommen. Vom Anschluss her bietet der Lüfter natürlich 4-Pin-PWM, lässt sich also direkt über das Board steuern und muss nicht mittels Spannung geregelt werden. Schauen wir uns den Lüfter selbst an, sehen wir, dass wir es mit einem recht auffälligen Design zu tun haben. Die Lüfterblätter selbst sind angewinkelt und gebogen, haben auch so eine Texturierung drauf und sind transparent. An den Seiten haben wir Entkoppler, die direkt dann am Gehäuse oder am Radiator anliegen, so dass man hier eigentlich keine Probleme mit übertragenen Vibrationen haben sollte. Das Kabel ist nicht gesleeved, sondern einfach komplett direkt in schwarz gehalten. Was man besser findet, kann man natürlich persönlich einschätzen. Ich finde die ganz schwarze Variante in den meisten Fällen sogar praktischer. Zudem wird so das Problem der am Ende bunten Kabel umgangen, denn weil wir ein komplett schwarzes Kabel haben, haben wir auch bis zum Motor und zum Stecker komplett schwarz durchgehend. Wie wir hier schon sehen können, und noch mehr, wenn ich Ihnen gleich etwas zur Seite drehe, das spezielle Feature des Lüfters ist natürlich der durchlaufende LED-Ringeimer um den Lüfter drum. Was ein bisschen aussieht wie so ein gebogenes Billig-Klingel-Licht, soll aber dauerhaft mit LEDs beleuchtet sein. Ich bin mal auf die Ausleuchtung gespannt. Wie wir sehen, wird das Ganze mit so kleinen Plastik-Clips gehalten. Wie ich finde, stört das die Optik gar nicht. Und natürlich muss es irgendwie auch sicher gehalten werden. So ist das Ganze auch sehr stabil und die Stabilität des Lüfters ist in keinster Weise beeinträchtigt. Man kann ihn also nicht einfach irgendwie drücken und hin und her flexen. Das mitgelieferte Zubehör beinhaltet eigentlich alles, was man sich von einem Gehäuse-Lüfter so erwartet. Wir haben vier Standard-Fräs-Schrauben, die man verwenden kann. Kennt eigentlich jeder. Die hätten hier aber ruhig noch schwarz sein können, wie ich finde. Dann haben wir noch vier Gummi-Entkoppler-Stifte, die man alternativ verwenden kann. Da die Lüfter schon selbst am Rahmen entkoppelt sind, ist das natürlich nicht zwingend notwendig. Schauen wir uns die Beleuchtung des Lüfters genauer an, sehen wir schon, warum das Ganze so eindrucksvoll ist. Was ich hier besonders erstaunlich finde, ist, wie durchgehend die Beleuchtung ist. Denn wir haben ja nicht an jeder Stelle LEDs, sondern das Ganze geht von einer oder zwei Zentralen aus in der verdickten Stelle im Rahmen. Und dafür ist die Ausleuchtung wirklich erstaunlich durchgehend. Ich hätte erwartet, dass man jetzt da, wo die LED sitzt, nah dran hellere Stellen hat. Und da, wo sie am weitesten von der LED entfernt ist, dunklere Stellen. Aber das Ganze ist überhaupt nicht sichtbar und hätte ich jetzt da nicht die Verdickung, wo ich vermute, dass die LED sitzt, was ich stark vermute, dann könnte ich eigentlich nicht erraten, an welcher Stelle die LED platziert wäre, so gleichmäßig ist die Ausleuchtung. Blau war natürlich an der Stelle nur die Beispielfarbe. Die Lüfter gibt es außer Blau auch in Weiß, Rot und Grün. Das Einzige, was hier vielleicht noch schön gewesen wäre, mal bei einer etwas hochwertigeren Variante in der Zukunft, eine RGB-Variante. Aber ich denke, mit den Farben hat man schon ein breites Spektrum an Gehäusedesigns abgedeckt und was so am meisten genommen wird. Zur Not passt Weiß ja auch zu den meisten Farben. Hier jetzt auch nur mit Zimmerbeleuchtung, also ohne meine üblichen Softboxen, die das Ganze ausleuchten. Dadurch sticht es natürlich noch ein bisschen besser hervor als mit heller Studio-Beleuchtung. Und wenn es dann später halbdunkel oder nachts ganz dunkel ist, macht es natürlich noch einen viel effektvolleren Eindruck. Leise sollte ein Lüfter natürlich auch sein, also hören wir uns als nächstes mal die Lautstärke des Lüfters bei 12 Volt an. Hier hören wir den Lüfter jetzt aus einer Entfernung von 20 cm zum Mikrofon bzw. zum Mikrofon von der Kamera. Und ich denke, das Ganze ist doch sehr annehmbar leise. Mehr als ein leichtes Rauschen ist nicht wahrnehmbar. Schön wirklich hier keine Hintergrundgeräusche, keine Rattern, kein Schleifen vom Lager feststellbar, wie man es bei günstigeren Lüftern oft hat und leider auch noch auf dem Mittelklassebereich findet. Also das Lager hier wirklich schön. Auch wenn das hier nur ein Overview sein soll, als finale Meinung von mir, ich finde die Lüfter sind wirklich gelungen. Mit 12 Euro sind sie glaube ich auch die günstigsten, die so ein Beleuchtungskonzept bieten. Und dabei ist das Lager auch noch gut gelungen und sie sind leise. Von meiner Seite aus werde ich sie auf jeden Fall in zukünftigen Bauprojekten öfter mal verwenden. Also erwartet sie zu sehen. Was haltet ihr von den Lüftern? Findet ihr die Beleuchtung übertrieben oder schick? Das würde mich mal interessieren. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare, sonst soll es das mit dem Overview auch gewesen sein. Herzliches Dankeschön an LC Power für die Bereitstellung ihrer Lüfter für dieses Overview. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, dann mit einem Bauprojekt in ein paar Tagen. Bis dahin wünsche ich euch wie immer noch einen schönen Tag und Tschüss!